hallo freunde der blöcke hallo minecraft freunde weiter geht's im pistenhaus ich brenne mir gerade ein paar steine heute heute und wer ist in dieser name ich bin auch ja 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 okay sondern wie kommt man denn dort rein wo du gerade bist mit uns ich habe mich zu meters gebunden kommen ja mal wieder gebuddelt durch system nicht durch system hinten rum okay bei dem system warum nicht vorderung ein vorderung die diskuss so dann haben wir zumindest mal einen repeater wir brauchen aber noch mehr ja mal hast du gerade meine steine daraus genommen würde ich nicht zugeben mir bitte die steine ich brauche die da hast du mehr okay das wird trotzdem nicht reichen denke ich noch ein paar stelle bei mir weil das ding was ist meine maus macht nichts raus das hält dann länger ich mache holzkohle raus ja dann musst du aber auch breit tun und nicht unten ja holzkohle da braucht man noch die stämme für ja und dann hält eine holzkohle genauso lang wie ein kohlestück acht habt ihr holzkohle oder braucht ihr was also noch habe ich noch habe ich so machen wir die mal rein werden schon mal 16 weitere blöcke machen wir noch einen ofen da kommen wir noch mal ein paar als kohle vor da ist doch eigentlich pelle rum ach und für den fall das auch nicht du schande die die dieses ressourcen paket hier heißt muss ich selber gucken visibility 2.1 für 1 8 ok nimm sticks du verschwindest holz nein doch nein natürlich wenn du holzkohle machst dann macht die doch nicht mit holz stemmen ich mache das aber so warum weil ich es kann du gehst holzform in zukunft so ich habe schon holz jede menge ja aber noch nicht genug dass du merkst wie aufwendig das ist der tonne hinten allerdings redstone unter mich hat das da so genau auf jeden fall mehr man kann stein zugebaut was passiert wenn man steinziegel brennt denn mit uns man kann steinziegel in den ofen tun ok was würde daraus guck mal in den ofen ich habe es gut gemacht das nicht es war der baby zombie weiß ist da habe ich kein feuer gemacht da wird aber nichts draus da hast du nichts zu tun ich habe gerade nichts zu tun ja kannst mir was ein paar aber ja stimmt das war ja mit der 1 ok ok und jammer hast du die holzkohle rausgenommen oder das holz und kiste leer weil ich hatte hier eigentlich noch was reingetan es ist schon noch was immer aber du weißt ja wenn es anfängt zu brennen ist doch nicht weiterhin drin wie auch immer ich werde auf jeden fall hier noch mal repeater machen so kann ich ja man nicht daran hindert warum sollte er nicht so jetzt wird eigentlich der gang müssen wir hier noch mal noch mal da fehlt noch redstone ist es da hier geht es nirgends hin da 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 und da das der markt hier ist ein einsames minecraft soll ich das anstupsen oder so ich fahre jetzt eine runde minecraft ist das ja ein bisschen hilfe wo bin ich denn hier gelandet so was ist denn das für ein minecraft bitte auch ständig bin ich hier gewandt das dann nehmen wir auch was denn jetzt war ich zum sport ich verliere ich empfang also ich packe holz so und steine so viel wird nicht dabei rumkommen aber ist egal machen wir hier noch ein paar was jetzt davon die bilder reinmachen richtige bilder also diese die man reinmachen kann die man zwei hoch wären warum bin ich jetzt in dem trichter was wie immer so bist du denn so dann noch nach wird sondern hier war ich bin ich bin ich bin bei dir irgendwo reingelaufen da war da war da ein trichter da war da mein kart habe ich einfach nur noch mal sagen ich habe nicht ein truhen mein kartus in lockt habe ich mich reingesetzt und jetzt stehe ich in den trichter fest naja das habe ich auf jeden Fall ich baue die trichter jetzt ab wo es gesagt schwarzeiche hilfe ich habe ich laufen von diesen ja die bretter sind auch egal so jetzt gibt es hier ist ein command block dann machen wir hier weiter geht das warum ist hier ein command block wo ist ein command block hier neben der schiene ach nee warte mal wir wollten doch eigentlich mit dem command block da irgendwie dass das wie so eine art chunk loader ist das geht aber nicht wirklich funktioniert es hat nicht funktioniert ja das funktioniert einfach frei nein ich bin ja keine halte und kann man das leuchtet auch man hätte mir sagen können dass draußen nacht ist dann wäre ich jetzt nicht rausgekommen ich wusste gar nicht dass es so cool aussieht ich brauche mir jetzt auch noch rote fahnen kann ich ja noch essen beim spawnen bitte ja ich habe ein anderes texteffekt drin jetzt hängt da bei mir die rote fahnen voll cool aus rote fahnen wieso rote fahnen ähm und mehr redstone brauche ich brauche mehr redstone alt shift und 2 so warte mal alt shift und 2 du weißt dass f2 auch im screenshot das der quatsch nein nicht den minecraft sondern wo was wir in link so jetzt kann ich erstmal gucken hast du keine makros oder sowas so jetzt mal gucken und die kleinen zombies sind ja schrecklich die brennen nicht am tag gut funktioniert ja was willst du denn mit dem was ich bin gerade runtergefallen ich muss mich noch eine blaue fahne hier nach oben machen so ok machen wir uns wieder nach hier hinten auf mich alle töten zu wollen da waren wir überall schon da waren wir überall schon da waren wir ok hier sind wir nicht alles töten da würde ich mich mal fragen warum weil du das nicht anders gemacht hast so ok gut da muss ich weiter was macht denn der hebel soll ja nicht irgendwas aufgehen dass man da rein kann ok äh was hier ist ein hebel aber dann sollte man doch irgendwie in diesem in diesem park quatschen dieses zu den schienen kommen wo man wieder nach hause kommt aber da geht nicht mit dem system reparieren warum weil es nicht mehr geht was er gerade machen aber was machst du gerade ja gut die selten ist die wende von dir würde ich sagen ich bin beim spawnen und kämpfe mir gerade mein leben wieder äh rose wenn du nichts zu tun hast kannst du irgendwas noch was sand farmen wir brauchen noch mal was sand aber mitos du musst hier das system reparieren so wieso muss ich das machen weil es nicht mehr geht hast du kaputt gemacht doch einen ausgucken die wüste warum weil paint sun brauchst so 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 das ist doch überall oder vielleicht sieht man einfach noch viele auch theoretisch hier sind auf jeden fall immer mehr mobs als in den anderen so ok vier bieter das heißt das heißt 12 hier genau die drei bräuchte muss da lang hier noch der praktisch der praktisch genau wahrscheinlich werde ich trotzdem noch mehr machen aber erst mal mache ich mach mal so drei stecks dafür brauche obwohl also sechs stecks so gott ihr sechs stecks diamant ja das ist doch selber nicht ich empfange peter leuchtet das aber nicht jetzt empfangen ich mit das nein das muss ich anders machen das passiert nicht was hier nicht mit das hast du zufällig noch redstone lampen übrig ich habe noch ein paar jahr ja ja viele muss ich gleich mal gucken warte mal brauchst du die noch kommen dann spiel das weiß ich noch nicht das weiß ich ehrlich noch nicht mit das hast du auch schon einen echten spiel augen gegessen so mal gucken hier nein wo ist denn die chest warum nicht ja mal nein das kannst du dich ernst mein wieso du kennst mich doch sind auch wieder machen wir noch mal anders mieters rosten die chest mit denen was mit den metern lampen die das zeug habe ich in meiner in meinem inventar ich gebe es auch so die hälfte von mir ok reicht ja ja das genügt dann bin ich hier gerade drüber so sieht aus wie dieses millionen wo ist und dann kommt man die leute wusstet ihr dass man von außen ins in die machen kann ich ohne durch püsten auszulissen das wasser so da ist das wasser und vor allem wie kommt man aus dem geräte raum vom pool wieder raus weil sich erst mal als dort wie kommt man aus deinem geräte raum raus ich weiß nicht welchen geräte raum ja möchte ich habe irgendjemand was abgebaut ich bin hier ein pool achten holen und um pool und am pool wie gespawnt kann man sich nie recht man kann draußen da ist so ein hüllen eingang wenn man da reingeht dann plumpst man in den pool raum müssen noch zwei da da noch ein und da noch ein was weiß nicht ob das so viel unterschied macht was denn wovon sprichst du dann sollte das jetzt funktionieren beschwert sich gerade dass man das team beenden soll nur weil er so wenig internet hat deine mama und so noch mal drei was macht denn der bei dir das gibt eine internetseite apropos internet es gibt eine internetseite what is more awesome da hast du mal zwei sachen gegenüber das ist so alt die kenne ich schon seit 2011 und auf platz zwei also platz eins ist teleportation auf platz zwei ist internet und auf platz drei das leben das heißt internet ist wichtiger als leben das ist wesentlich aus sondern das heißt nicht dass es wichtiger ist aber wir empfinden das als besser als das leben ich meine das eigene leben ist wahrscheinlich wichtiger als das internet aber ob da jetzt was wirst du nicht irgendeine mücke an irgendeiner wand zerdrückt wird das ist mir nicht wirklich mehr wert das ist schon aus dem pc haben wurden gelandet und warum sporn ich jedes mal bei dir ist den ps jammer danke was heißt denn dieses gg eigentlich so geben das ist doch noch nicht vorbei muss nicht verstehen oder oder groß grins ja so jetzt will ich erst mal von der disco schauen und kein war alles so korrekt ist und so wenn er ist weg das heißt hier hatte ich hier offen jetzt würde ich meinen später neu starten ja danke irgendwo hatte ich doch hier offen ich würde ich dir gerade machen das dritte wieder runter ja die sind alle an aber ich krieg gleich ein ding gut aus er ist nur so vor ja das sieht nur so aus ist ist ich würde sagen ich verabschiede mich dann warum weil wir schon 17 minuten aufnehmen ach so ja gut ich schaue dass ich nächste folge dann hier das hier dann mal an eine glock anbringe und mal gucken was dann passiert also ich mache auf jeden fall eine abschaltbare glock dann mal schauen ob das gar nicht so funktioniert wie es soll weil ich wäre dass das hier so reihung geht das war ja auch so ein vorschlag von euch das ist einmal so richtig war sie als wenn sie es dreht ohne damit man schön drehwurm kriegt oder was für sich okay ich sagt bis zum nächsten mal tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.